hallo zusammen wir hoffen es geht euch allen gut heute mal ein kleines kurzes video und zwar ein paar flug studien die aufnahmen sind alle vom selben sprung beziehungsweise table nur eben aus verschiedenen perspektiven es ist immer mal wichtig sich auch mal mit größeren sprüngen bisschen auseinander zu setzen so Das war's. Das war's. Wir hoffen, dass euch das kleine Video gefallen hat. Ist vielleicht auch mal ganz interessant für ein oder anderen. Dann bis zum nächsten Mal. Gruß Karl und Karin.